Yo Leute, ich bin's wieder, TalMap. Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Server Games, auf dem GOMO-Server wir spielen die Map, Circle Paradise. So, dann wollen wir mal stehen. Maschinen? Wollen wir mal stehen, ne? Wollen wir mal stehen, wie das schon ausgeht. Ja, es gab eine kleine Stream-Ankündigung, die ihr vielleicht mitbekommen habt. Wie gesagt, der Stream findet voraussichtlich am 20. März statt. Kann sich noch ändern, weiß ich noch nicht. Aber erstmal steht dieses Datum fest. Okay, los geht's. Schutzzeit ist zu Ende. Gut. Gibt's hier noch eine? Ja. Okay. Mann, was ist da denn los? So, das geht doch nicht. So. Dann machen wir das mal so. Ja, okay. Oh, nice. Eisenhosen. Okay. GG. Das war der erste. Streich. Okay. Da oben ist der nächste. Okay. Können wir hier gleich ein bisschen ausdünnen. Kann man da gleich ein bisschen ausdünnen. Okay. Okay, dahin zeigt der Kompass, dahin gehen wir auch. Oh, das ist ziemlich cool. Sogar noch eine Feuerzeuge, das gefällt mir. Jetzt hier haben wir aber gar keinen, muss ich ehrlich sagen. Wo soll hier denn bitte einer sein? Da oben. Hey. Okay. Er hat, glaube ich, einen Bogen, oder? Oh, da kommt einer, der will abstauben. Er hat ein Diaschwert, glaube ich. Ist nicht so cool. Wenn er wirklich ein Diaschwert hat, haben wir ein Problem, dann warten wir lieber mal aufs Deathmatch. Und dann kommt von der anderen Seite einer. Jetzt bringen die sich. Habe ich einen Bogen aufgesammelt? Ja. Jo, wir drei, die hier noch übrig sind. Vielleicht können wir sogar davon profitieren. Also der hat, wie gesagt, ein Diaschwert. Das wird eher schwierig. Und jetzt snipet er auch noch. Okay, da warten wir mal aufs Deathmatch. Vielleicht haben wir da nämlich noch die Chance, ein Diaschwert zu holen. Oh, die prügeln sich. Oh, das wird ein spannendes Deathmatch. Ich glaube sogar, ich habe die besten Chance, tatsächlich. Es gibt ein Diaschwert. Ich probiere es. Okay, ich habe es. Ziemlich nice. Er kämpft da oben noch. Einer brennt. Ich komme. Okay. Und. Oh, das hat er gut gemacht. Ich esse mal was. Vielleicht hat er noch Pfeile. Nicht so aus. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht viel Leben. Ich muss mal ein bisschen. Weil meine Rüstung halt auch echt nicht gut aus. Er kommt. Ja, Mist. Okay, schade. Aber. GG. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war es mit dieser Runde. Diesmal leider nicht gewonnen. Ich muss sagen, im Deathmatch. Vielleicht waren wir ein Tick zu langsam. Auf jeden Fall. Hat das nicht ganz so gut gepasst. Okay. Aber sonst würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu, was gibt es noch morgen? Harry Potter. Und? Jump League. Ja. Jump. Jump. Jump League. Okay. Good one. Würde ich sagen, macht's gut. Haut rein. Bis morgen. Tschüss.